Ich glaube, dass der Lohner Herbstmarkt ein Angebot für die gesamte Familie beinhaltet. Man kann hier, wie man sieht, im Riesenrad fahren, man kann einen Rundgang machen über den Kirmesplatz, aber man kann am Sonntag auch gemeinsam mit der gesamten Familie einkaufen gehen. Alle Lohner Geschäfte haben geöffnet. Es gibt viele Angebote hier auf dem Kirmesplatz, aber natürlich auch in der Innenstadt für alle Altersgruppen, für Jung und Alt, alle gemeinsam können den Lohner Herbstmarkt besuchen. Also wir haben am Samstag und am Sonntag jeweils ein Programm in dem kleinen Zelt hier bei uns auf dem Herbstmarktplatz. Dort gibt es einen Zauberer, der hier auftritt. Wir haben Musikangebote, Mitmachangebote auch für die Kinder und auch in der Innenstadt gibt es immer wieder Überraschungen für Kinder, die zum Mitmachen animieren und einfach, ja, für die ganze Familie ein abwechslungsreiches Programm bieten.